hallo und herzlich willkommen hier heute zu tierisch aktuell ich habe mir drei damen eingeladen und wenn sie meinen drei ich sehe nur zwei da unten ist auch noch eine dame und zwar ist die susi die ist heute auch gast und die susi sucht noch ein tolles neues zu hause und das hoffen wir doch heute vielleicht zu finden aber erstmal herzlich willkommen den tierschutzverein siebengebirge mit antje firmenich und annette fossel hallo und herzlich willkommen wer oder was ist der tierschutzverein siebengebirge ja das ist ein verein in batonew bei bonn liegt der ort und wir sind ein tierschutzverein wir haben 440 mitglieder also ein kleinerer verein wir arbeiten ausschließlich mit privaten pflegestellen und betreuen in unseren pflegestellen also es sind ganz normale familien hunde katzen kleintiere kaninchen meerschweinchen wir haben auch große tiere dabei pferde und ab und zu kommt auch mal eine schildkröte und ganz wichtig wir haben natürlich auch eine vogelpflegestelle die nimmt wellensittiche auf und also alles was an ziervögel reinkommt was ist der unterschied zwischen tierheim und privaten auffangstationen sag ich jetzt einfach mal ja also ich finde auf der also es hat vor und nachteile natürlich also der vorteil an der arbeit mit privaten pflegestellen ist dass die tiere in eine familie kommen die pflegestellen also die familie tag und nacht mit diesem tier zusammen ist und das tier natürlich sehr sehr gut kennen lernt und alle marotten positive eigenschaften die negative eigenschaften eigentlich sehr schnell feststellt und eben auch interessenten die sich für das tier interessieren dann auch mitteilen können das ist eigentlich eine arbeit sehr nah am tier wie viele tiere sind immer so oft in pflegestellen das unterschiedlich also ich bin hundepflegestelle und ich habe zwei eigene hunde und nehme dann immer einen dritten auf und da ich zwei große hunde habe nämlich dann inzwischen nur noch einen kleinen auf weil man hat nur zwei hände und da haben sie auch jetzt die susi übernommen die ist jetzt drei tage bei ihnen erzählen sie mal bitte was zu susi ja also die susi habe ich aus gran canaria mitgebracht da gibt es eine ein privates tierheim mit dem wir schon viele jahre kooperieren und die susi ist ein hund also kein streuner man denkt ja oft so in spanien und die streunerhunde nein so sie kam aus dem ganz normalen haushalt und der mann hat leider seinen job erst verloren und dann auch sein haus und lebte auf der straße war vollkommen verzweifelt er wusste also wirklich nicht wer von heute auf morgen sich selber ernähren sollte und hat dann gesagt also der hund ist mir so wichtig ich suchte jetzt ein gutes zu hause für den und hat dann diese tierschützerin angesprochen hat ihn aufgenommen ja und ich habe ihn gesehen und habe gesagt den nehme ich mit nach deutschland und für diesen hund suche ich eine neue familie wie alt ist sie anderthalb wo kann sie hin eigentlich ist sie ein ganz einfacher netter unkomplizierte hund also sie fährt auto ich war heute mit ihr in der stadt spazieren ich habe sie schon ableihen können also bisher sich noch nicht viel jagd trieb natürlich ist sie auch noch ein bisschen unsicher weil weil sie erst drei tage bei mir ist also das kommen auch sie wird sich noch entwickeln wird noch selbstsicherer werden sie versteht sich auch sehr gut mit unseren hunden also ich finde sie wunderbar auch locker zu ein zweithund ja auf jeden fall ja alles also momentan das merkt man oft als pflegestelle dass wenn die hunde so ein zuhause verloren haben dass sie sich dann sehr eng an einen klammern und oft ist es so dass sie dann am anfang nicht gut alleine bleiben also sie verfolgt mich auf schritt und tritt also läuft mir sogar zur toilette hinterher und das muss man eben sagen die hunde brauchen zeit und den hund kann man jetzt nicht direkt vier stunden alleine lassen arbeiten gehen also da würde ich leute mit tagesfreizeit suchen wenn so ein hund jetzt auf eine pflegestelle kommt ist es dann nicht für den hund schwierig wieder dann neues zu hause zu finden also dass er immer wieder so ein bisschen umgereicht wird sage ich jetzt einfach mal also diese bedenken haben viele leute die frage wird häufig gestellt und also ich mache das seit zehn jahren und ich habe festgestellt dass die hunde sich sehr schnell umstellen also sie hat es ja jetzt auch ganz schnell an mich angeschlossen aber die erfahrung hat mir gezeigt dass die hunde sich auch ganz schnell wieder auf die neuen menschen auf ihre richtige familie einstellen also das ist mir auch immer ein trost weil so ein bisschen bricht einem ja auch das herz wenn man nach zwei monaten oder sohn hund abgibt und dann denkt man oh gott oh gott wie wird er sich einleben aber bisher war das immer innerhalb eines tages zwei tage hatte der hund sich umgestellt wie viele hunde haben sie so im moment auf den pflegestellen ungefähr 15 das ist ja schon eine menge haben sie alles nur hunden die kurzfristig in den pflegestellen sind oder auch langzeitkandidaten nein wir haben auch langzeitkandidaten selbstverständlich nicht alle hunde sind einfach und wir haben zum beispiel die mandy das ist ein schäferhund der der den haben wir aus schlechter haltung herausgeholt und die war eben nicht so ein einfacher und er hat sein leben lang im zwinger gesessen sechs jahre im zwinger und da war es eben so dass wir dann den hund zu einer trainerin in pflege gegeben haben und die trainerin hat dann ganz viel mit dem hund gearbeitet und der hund ist da auch noch auf der pflegestelle und hat wahnsinns fortschritte gemacht also er musste alles lernen auto fahren an der leine gehen inzwischen und ist sehr gut ableinbar also hat sich toll entwickelt aber das dauert natürlich nach man kann nicht von null direkt in einem monat auf 100 wie gehen sie davor wenn sie einen hund nicht kennen irgendwie einen anruf kriegen und sagen da ist so ein schäferhund zum beispiel der da vielleicht nur im zwinger sitzt wie gehen sie davor weil es können ja auch mal falsche anrufe sein gehen sich den hund angucken oder wie machen sie das also im grunde genommen ist es so dass die dass wir dann trainer haben frau fossil zum beispiel ist auch eine hundetrainerin von uns und die haben wir dann angerufen haben gesagt kannst du dir bitte diesen hund mal angucken kannst du den einschätzen kann kann man diesen hund in eine normale pflegestelle setzen oder ist der so schwierig dass er zu einer trainerin kommt müsste bitte guck dir doch den hund an also wir arbeiten ganz eng mit trainern eben zusammen wenn sie da ankommen lassen die leute sie eigentlich immer da rein nicht also wir sind da nicht so herzlich willkommen nicht unbedingt immer manche leute sind sehr offen aber sie müssen davon ausgehen man muss immer davon ausgehen dass wenn menschen nicht ordentlich oder im tierschutz sinne mit den tieren umgehen die freuen sich nicht auf uns und sagen schön dass sie endlich da sind also man muss da schon immer freundlich sein und auch gucken dass man da einen einstieg in netten findet und meist ist es schon so dass die leute doch sehr kooperativ sind dass man denen schon sehr gut vermitteln kann dass der hund da irgendwo anders besser aufgehoben ist ein hund gehört nicht in zwinger ein hund ist ein rudeltier und der möchte auch beim menschen sein selbst wenn er keinen zweiten hund hat den menschen brauche auf jeden fall absolut aber noch mal ich höre immer wieder dass menschen sagen ich gebe das tier nicht ab das hat es gut ja die haben nicht diese einsicht auch immer wieder von ein verein die sagen wir kriegen die tiere nicht raus die leben in so blöden verhältnissen wir kriegen die tiere nicht raus darum immer noch mal meine frage geben die leute die dann so einfach ab wenn man sagt das ist das ist meist eher das ist schon eher selten dass die freiwillig abgeben wie in dem fall war es zum beispiel so dass immer und immer wieder die nachbarschaft angezeigt hat dass die leute auch das ordnungsamt da dort hatten dass die auflagen bekommen hatten dass die nachbarn beobachtet haben dass der tierschutzverein wieder und wieder da war und dass die leute dann zunehmend mehr schwierigkeiten bekommen und dann halt die tiere abgeben jetzt sind sie ja nicht nur dafür zu kontrollieren ob die tiere gut gehalten werden sie sind hunde erzieher sind sie und sie arbeiten auch mit pferden sie haben die sache pferde unter sich glaube ich in ihrem verein oder bin in dem verein die sogenannte pferdebeauftragte also ich bin für die pferde in not oder für alle pferde anfragen oder auch pferde anzeigen da die gemacht werden und es kommen sehr sehr häufig anzeigen ich würde sagen fast täglich über schlechte pferde haltung es ist wirklich so dass die menschen tiere halten oder pferde halten die haben oftmals eine weide und die pferde sind einfach da abgestellt die haben kein wasser die haben nichts zu fressen die oder viel zu wenig zu fressen wobei das ja auch immer relativ erst mal ein pferd kommt ursprünglich aus der steppe in wirklichkeit brauchen die nicht so viel ja aber die tiere sind oftmals da abgestellt und wie gesagt die leute haben da weide land zur verfügung und stellen die tiere da ab und gucken gar nicht nach und da kommen immer wieder anzeigen über schlecht gehaltene pferde und man fragt sich wirklich wofür die leute die pferde haben das war früher mal so ein statussymbol und heute ist es eher so dass die tiere oftmals sehr 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 vernachlässigt werden eigentlich lästig oder man kann sie nicht mehr bezahlen das ist höre ich auch immer wieder von dem verein dass man sagt okay das ist einfach nicht mehr finanzierbar absolut da spiegelt sich auf jeden fall gerade bei den pferden die wirtschaftliche lage auch wieder ganz klar ein pferd das muss jedem oder sollte jedem bewusst sein was das an kosten verursachen kann wenn sie ein pferd ordentlich versorgen der braucht futter der steht irgendwo ein weil die wenigsten haben eigenen stall und da können sie durchaus mit 3 400 euro rechnen und das ist den monatlich nicht im jahr und das ist den leuten oftmals überhaupt gar nicht bewusst ohne tierarzt ohne tierarzt genau ohne hufschmied und 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 ja genau also da kommt ja ganz viel noch das kann ganz das kann ganz ganz schnell in die hunderte und auch in die tausende gehen und das machen die leute sich beim kauf eines solchen tiere ist einfach nicht bewusst wenn der tierarzt kommt und das pferd hat wirklich mal was ganz schlimmes wir können wir haben ein patentier im verein da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen ein patenpferd die abelin also da kann man wirklich ein lied von singen und das thema in die klinik muss da sind ganz schnell 23 4000 euro zusammen ein patenpferd was heißt das wir haben vor sechs jahren ein pferd von der rennbahn aufgenommen der verein hat hier und dort schon mehrere pferde da raus geholt weil pferde die auf der rennbahn gelaufen sind sie müssen sich vorstellen die werden mit anderthalb jahren schon antrainiert da ist ein pferd gar nicht richtig ausgewachsen die knochen sind noch nicht stabil der ganze körper ist überhaupt gar nicht dafür ausgerichtet um der höchstleistung zu erbringen und wenn die auf den rennbahnen ein zwei oder drei oder maximal zwei jahre nicht die leistung erbringen das heißt nicht so schnell sind wie sie schnell sein sollen und preise erbringen dann werden die pferde ausgemäustert und sehr sehr häufig gehen die tiere dann zum schlachter und die option stand auch für abelin offen und so kommen wird auf das pferd aufmerksam haben das tier übernommen und wollten natürlich auch die abelin weiter vermitteln was haben sie dann mit der abelin gemacht die abelin kam dann zu uns auch auf dem privatenhof wir arbeiten also auch bei den pferden mit privaten pflegestellen das sind halt auch leute die eigene pferde haben und die sagen okay wir haben den tierschutzgedanken wir nehmen so ein tier für euch in pflege und die abelin kam dann an und hatte sogar schon eine interessentin das ist ein ganz ganz wunderschönes edles tier muss man sich vorstellen es hat sich schon eine junge frau gefunden aus der nachbarschaft die wollte das tier übernehmen aber dann stellte sich raus dass die abelin sehr sehr viel mit koliken zu tun hatte das pferd hatte immer und immer wieder koliken in den ersten tagen mehrere koliken hintereinander dann zog sich das über wochen und monate und kam dann sogar in die tierklinik und die kosten für dieses pferd die gingen über viele jahre wirklich in echte summen in echt hohe summen und nicht nur koliken sind bei diesen pferden von der rennbahn oder aus dem sport grundsätzlichen problem sondern hier zum beispiel auch die beine die hat die vordergelenke nicht in ordnung die geht nicht taktfrei die lahmt immer mal die mussten sonderbeschlag haben also die hat etliche baustellen sag ich mal und das mädchen hat dann gesagt also das kann ich mir nicht leisten das wert wer kann sich so ein pferd leisten und dann ist halt der verein hingegangen wir sind in die presse gegangen und haben uns haben dann dadurch auch paten gefunden für dieses pferd die das tier finanzieren durch einen kleinen beitrag oder der einen spendet auch wenn es nur zehn euro im monat sind und so finanziert sich das pferd und dann hat man sich so entschieden dass die abelin bleiben darf und mittlerweile hat sie sich ganz gut stabilisiert aber ist immer immer noch ein wackelkandidat was haben sie noch für tiere oder an pferde gerade an pferden im moment noch haben wir noch einen 16 jährigen hengst aufgenommen der anjur das ist ein ganz ganz tolles pferd der strahlt mittlerweile ein fuchs da haben wir auch ein ganz tolles bild ein vorher und ein nachher bild der anjur der kam wir wurden darauf aufmerksam und das tier war verhungert das war am lebendigen leibe verhungert so aus wie ein gerippe also das ist unvorstellbar ist er wirklich aus wie ein gerippe antje machte für uns ja immer die tollen fotos und als der da stand der das war das waren gerippe mit fell überzogen das tier war fix und fertig und auch hier ist wie so oft die situation gewesen lebenssituation ändern sich es gab eine eine besitzerin die hatte insgesamt vier pferde und konnte den offensichtlich finanziell nicht mehr gerecht werden konnte sich aber auch nicht dazu entscheiden die tiere abzugeben und es ist unvorstellbar wie sowas zustande kommt vor allen dingen viele leute haben das auch im blick gehabt ja und es hat eine ganze weile gedauert bis der tierschutz überhaupt darauf aufmerksam wurde dieses pferd stand da und wir haben das dann wie gesagt übernommen und er hat sich innerhalb der stand die ersten tage nur da und hat gefressen und gefressen und es ist immer wieder vollkommen erstaunlich und faszinierend wie die tiere wie schnell die sich erholen und wie schnell die auch vergessen ein tier lebt ja immer im hier und im jetzt der keine vergangenheit und hat auch keine zukunft das haben wir uns glaube ich voraus und der tagelang gefressen und gefressen und mittlerweile hat er sich so toll erholt und es wirklich schön zu sehen und der bleibt auch oder soll der vermittelt werden der anjour ist vermittelt seit drei tagen wir hatten dem anjour im internet wir arbeiten in der vermittlung mit vielen anderen organisationen in deutschland zusammen und haben somit auch ein sehr großes netzwerk und eine frau wurde eine sehr nette frau wurde auf anjour aufmerksam auf seine geschichte auf die bilder auf die vorher nachher bilder und hat sich an das pferd verliebt und wir fahren den anjour jetzt am wochenende in sein neues zuhause und gerade für den hengst ist das eine echte herausforderung ein hengst zu vermitteln weil es ist nicht unbedingt zu befürworten oder empfehlenswerten hengst in dem alter kastrieren zu lassen das ist für so ein pferd ein ganz ganz enormer stress ja und in seinem neuen zuhause da war hengst bleiben das sind sogar andere hengste auf dem hof da sind ganz viele endlose weiten mit baumbestand da sind hengste und stuten auch am stall dran getränkt und eine ganz ganz tolle geschichte weil für 16 jahren ungerittenen hengst jemand zu finden aber wir sagen immer also mein spruch ist immer so für jeden ist irgendwas da man muss nur geduld haben und warten jeder topf kriegt einen deckel wie finanzieren sie das alles die ganzen tiere die ganzen privatstellen die sie haben wie wird das alles finanziert also einmal natürlich unsere mitgliedsbeiträge aber wir sind selbstverständlich auch noch auf andere spenden angewiesen also das ist auf jeden fall unbedingt notwendig dass das wir immer wieder spenden rein bekommen und eben auch so paten für die langzeit kandidaten darauf sind wir schon sehr angewiesen es ist es ja so dass sie nicht nur hunde und pferde haben sondern sie haben auch katzen und kaninchen und auch eine vogelstelle was sind dafür tier also bei der kaninchen stelle ist ja ganz klar sind kaninchen ja wie viel haben sie davon da zurzeit so um die 30 in allen größen farben formen und altersstrukturen wo kommen die kaninchen her sind ja schon viele ja also sagen dass die meisten kaninchen abgabetiere sind von familien mit kindern und dass die familien aber dass die kinder dann irgendwann das interesse an den kaninchen verlieren also kaninchen eignen sich auch nicht als kinderspielzeug also da haben die leute oft falsche vorstellungen kaninchen sind keine kuscheltiere die wollen nicht auf den arm genommen werden und an sich gepresst werden also und da kinder wollen was zum streicheln haben und kaninchen sind eben keine schmuse tiere und dann ist manchmal auch einfach die enttäuschung groß und nach ein paar monaten ist das interesse weg und sie vermitteln die aber wieder weiter ja also es gibt auch andere abgabegründe wie zum beispiel allergien wir haben jetzt ein agora kaninchen da war das kind allergisch drauf das natürlich dann auch das geht natürlich nicht hier und ja dann nehmen wir die auf und jetzt im winter ist relativ schwer zu vermitteln also die meisten also im frühjahr läuft die vermittlung wieder stärker an wieso ist das so dass wir im winter so wenig weil die meisten leute ja ihre kaninchen eher draußen halten also wir vermitteln auch zum beispiel jetzt nicht in die handelsüblichen stelle sondern wir hätten immer gerne entweder eine zimmerhaltung das heißt ein ganzes kaninchen zimmer was schön für kaninchen eingerichtet ist dass da zwei tiere oder eine ganze gruppe drin wohnen kann oder er aber das ist das was wir am meisten vermitteln dass es ein kaninchenhaus gibt da gibt es also die tollsten variationen von der blockhütte oder also die leute verlassen sich also die tollsten sachen ein weil ich dann aber da drumherum ein gehege dass die kaninchen eben auch frei laufen können und das gehege muss einbruch und ausbruch sicher sein also ist auch keine tiere von draußen kommen und wir haben auf unserer internetseite da auch wunderschöne beispiele was die leute sich haben einfallen lassen für lösungen draußen und auch für drinnen weil ich glaube kaninchen bundeln sich auch gerne so unter dem draht das muss man von unten gesichert sein aber wichtig ist eben auch dass keine raubvögel von oben kommen also oben drüber muss auch eine sicherung ich weiß als kleines kind hatte ich auch zwei hasen die waren draußen in so ein großes gehege hatte mein onkel mir noch gebaut und ich habe wieder rein gesetzt und irgendwann waren die weg haben sie wieder gefunden aber sie hatten sich so richtig schön unten durchgebuddelt die waren aus dem gehege war schön groß aber die kaninchen waren nicht mehr drin also daher muss man auch daran denken dass sie gerne auch in die erde buddeln dafür ist es halt auch sehr sehr wichtig die leute auch wenn es kleine tiere sind die haben halt auch ihre ihre ansprüche und da ist es auch ganz wichtig den leute dass dass die menschen sich gedanken machen wie liegt so ein tier wir vermitteln nie kaninchen in normale käfig haltung und auch keine einzelhaltung keine einzelhaltung das wollte ich gerade sagen wie viele kaninchen sind da für ein kind angeschafft die leute sind nicht nur bei den kaninchen bei den tieren überhaupt gedankenlos die sperren so tier in einem käfig und das kind holt es dann mal zehn minuten am tag und dann wieder hinein das ist absolut ganz ganz schlimm und da achten wir schon darauf dass kaninchen oder überhaupt hier also kaninchen auf keinen fall den einzelhandlung gehen vögel welche vögel dürfen zu ihnen kommen also das sind wild vögel die verletzt sind und so die gehen in eine spezielle pflegestation für wild vögel damit machen wir nichts also bei uns werden wählen sittig also alle möglichen sittig arten abgegeben das ist eigentlich eine sehr nette pflegestelle das ist mutter und tochter die das zusammen machen und die tochter hat also auch schon den wellensittigen das fliegen wieder beigebracht also es gab zum beispiel einen sittig der war schon ganz alt und hatte immer in einem ganz kleinen käfig gesessen und er hat das fliegen verlernt und der ganze käfig war also auch so hoch stand der dreck im käfig als sie den herausgeholt haben und ja der konnte nicht mehr fliegen und dann hatte das wirklich so von finger von einem finger zum anderen so ganz kleine abstände und inzwischen verliebt der vogel sie daran also sie geben sich da große mühe mit und die wenn auch dann auch wieder vermittelt ja ja also ganz 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 viele sachen machen sie wie groß ist ihre hauptgruppe fragt es einfach mal wenn ich jetzt höre viele hunde katzen vögel dann manchmal werden ganz viele menschen die da mitarbeiten ja glaube also sagen wir mal so bei den vögeln dass wir haben eine vogelpflegestelle und die hat ein großes haus sozusagen also eine riesen voliere wo daneben diese vögel alle zusammen sind und das können 14 vögel sein ich weiß jetzt zur zeit glaube ich habe nicht ganz so viele aber einige wellensittige aber momentan ist es nicht ganz so so hoch die anzahl der haupt schwerpunkt in unserer arbeit ist sind eigentlich hunde und katzen und bei den katzen zum beispiel ist es so dass eine katzenpflegestelle natürlich mehrere katzen betreut na also wenn da so ein wurf katzen kommt dann ist das eine katzenzimmer dann schon mal mit mutter und dem wurf voll wie viele katzen haben sie 40 40 auch also mehrere ältere tiere auch junge also alles die ganze bandbreite durch und kastrieren sie auch außerhalb das heißt also wird das thema ist ja im moment ganz groß straßen katzen ja das ist also auch hier bei uns im siebengebirge ein ganz ganz wichtiges thema und auch ein sehr arbeitsaufwendiges thema also wir machen solche kastrationsaktionen für verwilderte hauskatzen und dann gibt es ein spezielles gebiet da werden dann vorher die häuser informiert wir machen hier eine fangaktion und dann fahren und damit die ihre hauskatzen für den tag oder die zwei tage weg sperren damit wir die nicht in den fallen sitzen haben ja und dann werden dann große so tunnelartige fallen aufgestellt hinten ist futter eingesetzt und dann gehen die verwilderten katzen in die fallen rein klappe zu und sind gefangen das heißt aber wir müssen uns auch auf die lauer legen oder ganz engmaschig diese fallen kontrollieren wir können die jetzt nicht da tagelang oder stunden lang da in diesen fallen sitzen lassen wenn die sofort zum tierarzt gebracht werden kastriert und im ohr tätowiert also dass wir wissen falls wir sie noch mal in der falle sitzen haben die ist schon kastriert und dann behalten wir die noch ein paar tage in obhut eben um zu gucken halt ist alles gut verheilt und so weiter und dann werden die an dem ort wo sie gefangen worden sind auch wieder ausgesetzt das natürlich auch ein riesen kostenfaktor und aber eben eine ganz ganz wichtige aufgabe weil diese katzen die verwilderten hauskatzen die vermehren sich ja immer weiter und übertragen dann auch wenn sie krank sind immer weiter auch krankheiten also ist ganz wichtig dass man das eben einschränkt und das ist eine ganz wichtige tierschutzaufgabe die wir auch wahrnehmen das ist ja auch ein ganz großes thema im moment in deutschland dass diese straßen kannst du immer mehr nach zunehmen gibt es bei ihnen auch nicht nur gnadenbrot pferde sondern auch gnadenbrot hunde und kapseln ja das gibt es auch also wir haben zurzeit drei gnadenbrot hunde also einer ist jetzt gerade dazu gekommen das sind hunde die er aus irgendeinem grund eben nicht mehr vermittelbar sind sie sind schon schon so alt und so krank dass man sagt wir sehen von der vermittlung ab die kriegen bei uns das gnadenbrot das sind dann vielleicht ein zwei jahre wo der hund einfach oder die katze in der pflegestelle bleiben darf und da in ruhe ihren lebensabend verbringt wir haben einmal den kolya das ist ein malamut rüde der hatte eben auch gar kein schönes leben jahrelang zwinge erhaltung und hatte große gesundheitliche probleme und das jetzt jetzt in einer pflegestelle bei tönningen und wird also total verwöhnt er bekommt gekocht und ich glaube der ist zwölf aber nicht nur hunde sondern auch katzen gibt es als gnadenbrot katzen oder im moment keine zurzeit haben wir glaube ich keine gnadenbrot katzen und von abelien wie ist es immer mit der zusammenführung wenn so bei ihnen jetzt zum beispiel zwei hunde da sind da kommt dann der dritte dabei der geht dann wieder dann kommt wieder einer oder auch bei katzen da sind ein paar ältere katzen und da kommt ein junge dabei das system wird ja immer wieder neu geprägt ja man muss die müssen sich ja immer wieder neu finden im budel also bei hunden ist es in der tat so dass man eigentlich pflegestellen geeignete hunde haben sollte also die müssen auf jeden fall sehr cool sein gut verträglich sein sonst geht das schief also das ist schon bei hunden ganz wichtig dass die also gastfreundlich sind ich hatte zehn jahre lang ein oder 14 jahre ein weißen schäferhund und als ich dann als pflegesteller angefangen habe zu arbeiten der war perfekt das war ein ganz souveräner rüde und teilweise diese ängstlichen hunde die dann teilweise auch von der straße kam und total verstört waren die kuschelten sich immer ganz dicht an unserem dank an und ein hund das war eine kleine terrier hündin die schlief sogar auf ihn drauf also danke ist wirklich also ein segen für die pflegestelle das ist die rettung dann für diese hunde und interessanterweise oft kommen die pflegehunde einen jahr später noch mal besuchen also dass die leute mit den hunden kommen und die freuen sich immer wahnsinnig also auch eben über diesen hund diesen ersten halt den sie da hatten also die lieben die gegen den dann immer um die schnauze und hallo hallo da bist du ja das war immer eine große freude also das heißt ich könnte ich alle hunde aufnehmen sie müssen schon gucken dass sie auch wirklich pflegestellen tauglich sind ach so ja also die natürlich muss ich auch gucken dass wenn jetzt ein hund reinkommt der sollte schon eben verträglich sein man möchte natürlich auch nicht dass die eigenen hunde gebissen werden das natürlich ganz wichtig nicht nur die eigenen hunde müssen verträglich sein sondern auch die die reinkommenden hunde und bei mir ist es zum beispiel so ich habe auch ein kind und als ich damit angefangen habe war meine tochter vier und da habe ich dann schon gesagt also ich brauche wenn ein hund der keine gefahr für mein kind darstellt und das ist eigentlich das schöne als pflegestelle in so einem verein mit einem netzwerk dass man dann auch sagen kann es geht gar nicht es klappt gar nicht der hund muss umgesetzt werden das machen wir natürlich nicht gerne also wir versuchen ja eine stabilität für den hund herzustellen aber wenn wenn irgendwie das kind in gefahr ist wenn man da das gefühl hat das geht nicht dann wird eine andere pflegestelle dafür gesucht ansonsten kann man das sehr schön sehen ob ein hund zum kind passt ob kinder im neuen zuhause sein dürfen oder besser nicht absolut gibt es auch pflegestellen wo katz und hund zusammen ist ja also die leute die pflegestelle machen sind ja meistens absolute tier fans und diese kombination hund katze haben wir sehr sehr häufig und das sind natürlich auch oft ganz ganz coole leute die dann also auch wir haben jetzt zum beispiel eine pflegestelle die macht das schon seit 25 jahren ist unsere älteste pflegestelle und die hat mehrere hunde und mehrere katzen und da ist jetzt gerade ein kleiner terrier rede reingekommen und dann sagt sie was auch der jahr bestimmt wieder die katzen und dann sage ich immer du schaffst das also und so ist es auch die die gewöhnen sich ganz schnell daran die katzen nicht mehr zu jagen und das ist eigentlich auch ein vorteil dieser hund kann also auch zu anderen katzen und das ist ja auch der vorteil von den privaten pflegestellen dass man das also wirklich im gegensatz zum tierheim dass man das halt auch wirklich ausprobieren kann und den hund abgeben kann und sagen kann der ist katzenverträglich und der verträgt sich mit kindern und wenn die tiere jetzt in den tierheimen sind dann ist das ja lange nicht gegeben dass man das alles ausprobieren kann klar jetzt haben sie ja nicht nur erwachsenen sondern sie kriegen ja auch bestimmt welt wir haben gerade einen ganzen wohnen und wir sind in den alle da gesessen und notruf abgesetzt kannst du kommen es geht jetzt gleich los ich will damit nicht allein sein dann haben haben also zwei pflegestellen zusammen die geburt betreut was sind das für bilden ja das sind so ich sag jetzt mal die mutter ist ein explodierter dackel mix also ein etwas größeres größerer dackel sozusagen und sie sind jetzt gerade paar tage alt aber es klappt sehr gut aber auch vater weiß man noch nicht ja wir haben einen verdacht aber genau das wissen wir nicht also wir sehen auch sehr unterschiedlich aus also es sind sieben welpen und fünf sehen relativ gleich aus und eins sieht aus wie ein meerschweinchen mit einem weißen schwanz also es ist also wirklich ein überraschungspaket das ist natürlich noch immer wirklich toll wenn man dann tier aufnimmt und auf einmal ist ja noch prächtig und da kommen dann auch noch welt ganz schnell ja ganz viel arbeiten auch weiter da sind natürlich auch kooperative leute gebracht also das war dann richtiges überraschungspaket und da sind wir nach wie vor immer händeringend am suchen nach menschen die halt so eine pflegestelle anbieten eine pflegestelle für hund oder eine katze oder natürlich auf dem pferd was müssen denn diese pflegestellen mit sich bringen kann ja nicht jeder eine pflegestelle machen ja wir haben jetzt einen großen bericht gehabt dass ein verein ich weiß gar nicht welcher verein ist auch egal hunde an eine pflegestelle gegeben hat und die hat die pflege hat dann die hunde schön verkaufen die die leute der pflegestellen die müssen in jedem fall hunde erfahrung haben die müssen relativ viel zu hause sein also es kann niemand sein der ganzen tag unterwegs ist und die müssen schon auf jeden fall hunde erfahrung haben sonst hat das das können keine anfänger sein weil man weiß ja auch nie welche tiere da reinkommen was die tiere erlebt haben wie die tiere sich geben also hunde erfahrung auf jeden fall auch so ich finde es eigentlich auch gut wenn mein haus und garten hat weil da im garten kann man auch ein gut eingezäunter garten ist eigentlich auch optimal wenn man den hund am anfang nicht von alleine lassen kann dass man dann auf jeden fall der im garten auch mal frei laufen kann das jetzt keine bedingung das kommt immer ein bisschen auf die hunde auch aber das wäre natürlich auch so groß und braucht natürlich dann auch denke wir meinen garten oder ja also ich meine natürlich gehen wir auch mit den hunden spazieren und so aber eingezäunter garten wäre auch optimal ja dann können die auch miteinander noch mal spielen genau das finde ich auch noch mal ganz wichtig wenn die tiere einfach rausgehen können und im garten einfach sich auch noch mal austoben können zum spazieren gehen ja weil manchmal wird man ja den hunden gar nicht gerecht mit spazieren was so ein bisschen schade ist es ist sehr schwierig überhaupt pflegestellen zu finden die kompetent sind und das gern machen und dabei bleiben und das nämlich genau der punkt mit dem dabei bleiben oft ist es so dass die leute ein zweimal pflegestelle machen und dann spätestens den dritten hund aber behalten weil der so toll ist dass sie nicht mehr abgeben wollen ja und das ist dann natürlich für uns schade dann haben wir gerade die pflegestelle schön eingearbeitet also wir machen uns ja auch viel arbeit damit also es ist jetzt nicht so dass die leute da allein gelassen werden sondern wir betreuen die ja auch engmaschig mit allen fragen die werden ausgestattet also bekommen futter alle utensilien die sie brauchen alle kosten werden erstattet und wenn dann so nach drei vermittelten hunden ist die pflegestelle dann wieder dicht natürlich ein bisschen schade für uns aber auf der anderen seite hat dann so auch in hunden gutes zuhause aber ich glaube es ist schon ich könnte es nicht ich glaube ich würde auch jeden hund und jede katze behalten ja ich könnte es auch nicht mehr abgeben da muss man sich halt oder sollte man sich wirklich den tierschutzgedanken vor augen halten und sich gedanken darüber machen dass ich dem tier den weg in ein neues leben ermögliche und darin gehen eigentlich die leute der die das schon lange zeit machen und immer wieder machen auch drinnen auf das ist einfach nur freude zu sehen man kann die ja nicht alle behalten wäre schön aber ist ja nicht machbar und das ist einfach das ziel was man vor augen haben sollte und diese freude an dem tier zu sehen boah habe ich was gutes gemacht und tolles werk und das tier hat ein neues zu hause und dann kann doch der nächste nachrücken können das ist auch auch schön also wir haben im jahr immer zwei veranstaltungen zwei großen sommerfest und tiergottes und das dazu laden wir eben auch unsere die menschen ein denen wir hunde vermittelt haben und dann ist das immer ein großes hallo und das ist für mich als pflegestelle auch eine große freude dann diese hunde zu sehen und die leute wie stolz sie dann mit ihren hunden ankommen und ach der ist jetzt sieger in der hundeschule geworden der hat also alles mit der bestnote eins bestanden und also es ist wunderschön zu sehen wie die menschen dann auch mit ihren tieren zusammenwachsen und das ist eigentlich der lohn für unsere arbeit also das zu sehen klar wo kommen die tiere her was machen sie wo unterstützen sie ihren tierschutz also wir machen natürlich tierschutz vor ort im siebengebirge aber wir machen auch auslandstierschutz also wir arbeiten mit gran canaria zum beispiel zusammen wir nehmen aber auch hunde also mit festen vereinen arbeiten wir zusammen zum beispiel aus rumänien da haben wir den kleinen max der ist jetzt gerade aus rumänien gekommen ich denke rumänien ist inzwischen allen ein begriff was da mit den hunden passiert ist ja wirklich furchtbar und max ist jetzt zum beispiel auf einer pflegestelle bei unserer ältesten pflegestelle die schon 25 jahre dabei ist ist es da so dass der max da ankam und vollkommen verängstigt war also der hat vier nur unterm tisch gesessen und sich nicht rausgetraut und das ist natürlich ja ich möchte nicht wissen was dieser hund erlebt hat und dann habe ich aber gedacht diese pflegestelle kriegt hin also wenn einer dann diese die hat einfach geduld die hat natürlich auch andere hunde die immer wieder zu ihr kommen und dem hund zeigen du kannst vertrauen haben und ich komme dann immer in regelmäßigen abständen dahin und dann sehe ich eben auch diese entwicklung erst saß er hinterm küchenschrank oder unter dem tisch und man sah nur diese großen ängstlichen augen und inzwischen also wenn frauen reinkommen bei männern hatte immer noch angst aber bei frauen ist es dann so dass er dann wirklich ankommt und dann ganz vorsichtig sich streicheln lässt und der hat natürlich noch einen weg vor sich also bisher ist sie noch nicht mit ihm spazieren gegangen weil weil er eben noch zu hause auch noch so viel stress hat also das sind noch einige etappen die dieser hund machen muss aber da könnte ich mir auch vorstellen wenn leute erfahrungen mit ängstlichen hunden haben dass die in dem max einen ganz tollen hund auch bekommen was ist es für eine ist ein schwarz weiß gescheckter hund so groß wie auch so sie also 40 cm schulterhöhe also wir haben auch ein schönes foto von max und ja vielleicht findet er ja über diesen weg ein neues zuhause also am liebsten so zu eltern ehepaar oder zu ruhigeren leuten also hunde erfahrungen und vor allen dingen erfahrungen mit ängstlichen hunden wäre sehr wichtig kleine kinder würde ich nicht machen also nicht weil er böse ist aber er ist ängstlich und man sollte also die sind einfach zu wild und leute halt die zeit haben und die geduld haben es ist immer wieder so dass wir sagen und dass es sich immer wieder bestätigt die tiere brauchen zeit brauchen einfach zeit wir wissen nie was die tiere erlebt haben was die hinter sich haben und die brauchen zeit und die brauchen sicherheit und damit alles gut wie geht jetzt so eine vermittlung ab wenn einer sagt okay ich würde gerne hunde eine katze von ihnen nehmen was muss er mitbringen was kontrollieren sie also mal erst telefoniere ich ganz ausführlich also die katzenpflegestellen machen das auch so wie ich jetzt den verlauf bei den hundenpflegestellen beschreibe ich telefoniere mir erst ganz ausführlich weil man am telefon schon auch viel mitbekommt also und wenn ich dann das gefühl habe aber das könnte passen dann leite ich die leute zu mir nach hause ein und dann nehme ich mir auch sehr viel zeit also wir gehen zusammen mit dem hund spazieren wir sitzen bei mir in der küche trinken kaffee dass die leute auch sehen so wie verhält er sich im haus ich gebe den leuten auch beim spaziergang die leine in die hand dass ich sehe wie kommen die damit zurecht ja und dann ist es so dass wir grundsätzlich nie sofort irgendwie hunden mitgeben sondern es sagt den leuten schlafen sie in ruhe drüber ich musste auch noch meine nacht drüber schlafen ich musste auch noch mal in ruhe drüber nachdenken ob ich wirklich finde dass das passt und will mich da auch nicht in den zugzwang begeben und wenn die dann am nächsten tag meistens rufen die am nächsten tag dann an sagen also wir haben uns verliebt wir möchten den gerne und wenn ich dann auch der meinung bin dann bringe ich den hund in sein neues zu hause damit mache ich auch eine vorkontrolle und wenn ich dann das gefühl hätte es ist noch nie vorgekommen aber wenn ich das gefühl hätte das stimmt ja alles gar nicht was die mir erzählt hätten kann ich ihn immer noch wieder mit nach hause nehmen und dann am tag der übergabe in dem neuen zu hause mache ich es auch so dass ich auch mal durch den garten gehe gucke ist der zaun dicht weil nichts ist schlimmer als wenn ein hund entläuft am ersten tag der noch keine bindung hat dann gehen wir zusammen durch den garten und wir gucken auch zusammen so wo kann das körbchen stehen also dass man so gemeinschaftlich guckt was braucht der hund weil ich kenne ihn ja am besten wenn ich ihn monatelang hatte ja und dann kommt der moment des abschieds der fällt mir wirklich auch immer schwer und ich gehe aber meistens dann ich sage den leuten so wir haben jetzt ist alles geregelt wir haben einen schutzvertrag gemacht und so weiter und ich gehe jetzt verabschiede mich nie vom hund ich gehe ganz schnell raus und sagt den leuten dann wenn er jetzt theater macht oder weint oder so gestehen sie das zu dass er trauert aber erfahrungsgemäß ist es so dass sie sich wirklich dann relativ schnell umstellen und das ist mir dann immer ein großer trost ich rufe dann immer abends dann nochmal an und sage wie macht es dich jaulte noch oder ist alles gut und meistens ist alles gut und dann bin ich auch dann kann ich auch erleichtert dann sagen kann ich loslassen wenn sie jetzt so misshandelte tiere oder sowas entgegen nehmen ja und auch ihre pflegestellen haben merken die tiere dass ihnen dann auch einmal besser geht die merken das ganz schnell also auf jeden fall die natürlich verändert sich so ein hund nicht von heute auf morgen und wie jetzt hier der max der dann noch wochen lang unter dem sofa setzt aber ich bin mir sehr sicher oder wir sehen immer wieder dass die tiere die die kommen ganz einfach die die brauchen eine weile besser ankommen aber ein tier merkt sehr sehr wohl wäre es gut oder nicht gut mit dem meint wenn ich jetzt so ein tier übernehme es ist bei mir zu hause was muss ich am meisten beachten wenn so ein tier nach hause kommt wo muss ich darauf achten wie muss ich ihnen die ersten paar tage das ein leben schöner machen also ich finde immer das also mal erst das wichtigste eben dass er nicht entläuft also mein ratschlag ist immer direkt halsband eng genug dass man nicht hinterher beim ersten spaziergang wenn der hund scheut das halsband in der hand hat mit der leine und der hund ist weg und auch eine marke eine telefon marke an den halsen das falls er entläuft auch vom grundstück dass er schnell wieder findbar ist wobei wir aber auch immer mit dem schutzvertrag zusammen ein tasso formular ausfüllen und den hund sofort bei tasso registrieren also das finden wir auch sehr sehr wichtig ansonsten rate ich den leuten auch den hund nicht zu sehr zu bedrängen sondern den hund kommen zu lassen also den hund auch wenn er trauert dann nicht ständig die teil und den hund zu machen sondern ihn dann auch mal trauern zu lassen also irgendwann kommt er und wenn er dann kommt dann kann man ja auch was mit ihm machen also praktisch das tier kommen nach dem nicht so überfallen und sagen ja nicht bedrängen das liegt ja auch nicht in der natur des hundes ja da kommt ja auch keiner und sagt ach du armer der hund der hund muss die möglichkeit haben sich seinem rudel anzuschließen und das macht er auch wir brauchen ein bisschen sicherheit und die kommen schon von alleine also immer falsch ist wenn noch kinder im haushalt sind und die hunde mit den hunden spielen wollen und die hunde kuscheln also ganz ganz wichtig ist die tiere einfach mal zu lassen und ankommen zu lassen und ruhe einkehren zu lassen ja vielleicht auch einfach mal im haus zu lassen oder nur im garten raus bis er sich mal so in seinem umfeld gewöhnt hat und ein paar tage später mal los zu gehen und die welt so nach und nach zu erkunden nicht direkt die ganze nachbarschaft einladen das kommt immer ein bisschen auf den hund an wie cool muss man eigentlich sein wenn man so eine pflege stelle hat sehr cool oder ja also wie soll man sagen sehr hunde aber nicht sehr hunde erfahren sollte man auf jeden fall sein man muss natürlich auch damit rechnen dass ein hund auch zum beispiel am anfang vielleicht nicht stubenrein ist also wer da weiße teppiche hat ist vielleicht nicht die optimale pflege stelle also man ist auch immer auf den hund an also sie zum beispiel ist absolut stubenrein die hat mir nicht einmal reingemacht und also es kommt eben sehr darauf an aber man sollte schon ein bisschen cool in bezug auf dreck und pipi machen und sowas sollte man schon sein und es kann auch mal was kaputt gehen also gerade so welten pflege stellen bei uns die haben dann schon mal angeknabberte stuhlbeine zu verzeichnen oder angeknabberte schuhe oder so weiter also das damit muss man auch rechnen also sollte man sich schon ganz genau überlegen welches tier man sich nach hause holt welchen welten haben muss ich auch wissen dass er mir was kaputt machen kann ja absolut oder habe ich einen älteren und der schon wesentlich ruhiger und so beraten wir auch also wir bieten auch auf unsere internetseite eine beratung an mit telefonnummern und wenn leute da irgendwie unschlüssig sind dass wir dann einfach mit denen telefonieren und uns diese lebenssituation anhören und dann sagen was wir dazu meinen was für ein hund passen könnte wenn jetzt schon einen hund hat und dann noch einen zweiten sagt okay dann kann ich auch noch einen zweiten nehmen ist ja nicht so viel unterschied ob man einen hund hat oder zwei oder also ich finde es nicht weil die erziehen sich so ein bisschen von selber wenn man einen hat der sehr souverän ist dann erziehen die sich eigentlich fast von selber finde ich die gewöhnen sich natürlich auch die die gegenseitigen machen schnell an also oft sagen man also ich habe schon oft erlebt dass leute sagen unser erster hund ist nicht allständig erzogen aber sagen dann der ist nicht richtig ausgelastet wir möchten gerne noch einen spielfreund für ihn haben grundsätzlich ist das natürlich schön für 200 also zwei hunde zu haben dass sie miteinander spielen aber das ist keine lösung für mangelnde erziehung also ich finde immer der erste hund muss top erzogen oder sehr gut erzogen sein dann kann man einen unerzogenen zweithund dazu nehmen aber ansonsten bricht das chaos also ich weiß ich hatte einen schon ja der war anderthalb jahre und kam welbe dazu ich habe am zweiten tag in welten losgemacht der erste war gut erzogen ja und da hat der alles gelernt die pinkelt heute noch wie ein rüde die hat wirklich alles beigebracht ja und ich weiß der große von mir der hat einen teddy gehabt dann hat er wirklich geliebt den machte der nicht kaputt anderthalb jahre hat er den wirklich gehegt und gepflegt ja und die kam und hat den innerhalb von zwei stunden hatte die den zerrissen der guckte mich alles auf und sagen hey die hat einfach meinen teddy zerrissen der war wirklich so traurig darüber ja also so diese guckte mich anders auf und jetzt ja aber der hat wirklich erzogen ich durfte alles mit dem machen ja das ist natürlich auch eine gute konstellation dann gewesen wenn ein anderthalbjähriger hund noch ein welten dazu bekommt was nicht zu empfehlen ist dass wenn ein alter und im haus ist dass man dann da einen welten noch zu holt oder einen sehr sehr jungen hund kann kann passen aber eher nicht da sollte man auch an das ältere tier und seine bedürfnisse denken auch ganz wichtig manchmal denken die leute naja der alte und der lebt nicht mehr lange dann soll ich mich schon mal noch einen jüngeren aber damit grabe ich dem alten tier natürlich auch vieles die luft ab also man sollte schon gucken dass wenn man sich einen zweiten hund holt dass es wirklich passt vom alter her ja und auch so dass es einfach so ist dass sie sich ergänzen genau ja und das ist eben auch das schöne an einer pflege stelle dass die leute mit ihrem ersthund bei uns vorbeikommen können und wenn man sich unsicher ist also ich möchte auch immer gerne dass die leute sich sicher sind ja dann sage ich wenn sie sich unsicher sind kommen sie noch mal spazieren und wenn sie möchten kommen sie auch noch mal spazieren dass man einfach sieht wie gehen die beiden hunde miteinander um ist der eine genervt oder nicht stimmt da die chemie also da hat man ja zeit um das zu testen aber in der regel ist es ja schon schöner wenn sie zu zweit sind oder ja ich persönlich finde es schon schöner weil die sozialen kontakte die sind schon wichtig für so ein tier die können zusammen spielen und raufen und zwei hunde ist schon immer schöner und eigentlich ob ein hund oder zwei der riesenunterschied ist das glaube ich auch nicht also das sehe ich auch so ob jetzt ein hund da ist fressen müssen muss der eine auch also kann man auch dem zweiten noch ein bisschen fressen geben und noch ein schönes zu hause natürlich man muss natürlich zeit haben ich glaube das ist ganz ganz wichtig man muss zeit haben und das ist halt bei jedem tier so dass man sich wirklich gedanken macht kann ich das alles leisten und kann ich das erfüllen und dass ich mich belese und informiere was braucht so ein tier wie leben die ist das ein einzeltier ist das ein rudeltier ein hund was braucht der nun braucht auf jeden fall in allererster linie immer bewegung und hier nun braucht bewegung kann ich dem tier das geben gibt es ja auch ältere menschen die durchaus noch das bedürfnis haben nun muss ich ein hund sich zu halten das ist ja auch schön jeder sollte sich halt gedanken machen und dementsprechend halt auch vielleicht die rasse aussuchen gucken welche welche anforderungen und welche eigenschaften hat dieses tier das ist ein älterer mensch jetzt keinen dobermann anschafft das ist dass man sich wirklich guckt was braucht das tier und kann ich das leisten das ist ganz ganz wichtig wie lange sitzen so die tiere auf den fliegestellen also bei unseren katzen ist es zum beispiel so dass wir ja zurzeit 40 katzen in der vermittlung und gerade die älteren tiere sitzen länger also weil wenn die leute die auswahl haben zwischen süßen katzen welpen und dem älteren tier oft so dass ist dass der welpe genommen wird und die älteren tiere sitzen dann acht monate wir haben auch schon katzen die bis zwei jahre gesessen haben ist natürlich ganz traurig für die tiere und so ein älteres tier hat auch ganz ganz viele vorteile aber im ersten moment sieht man dann den charmanten welpen und dann gerät das andere ältere tier aus dem blickfeld wenn man in so einer pflegestelle sich katzen anschauen und bei hunden das ist sehr sehr unterschiedlich also wir haben hunde die sitzen es kommt auch immer ein bisschen darauf an was es für ein hund ist und wie schwierig oder einfacher ist also ich denke eine susi wird schnell vermittelt sein also das ist ja wirklich ein ganz einfacher netter hund aber so ein älterer nicht gut erzogener hund der mal erst erzogen werden muss der kann schon ein paar monate sitzen also ich sage immer sitzen hört sich jetzt so ein bisschen nach gefängnis an also in den pflegestellen hat das ja gut wenn die tier auch nachgetreut ja natürlich also wir machen nachkontrollen wir haben kontrolleure für bestimmte gebiete eben also wir teilen das so ein bisschen auf und wir kommen dann ohne anmeldung und schauen nach also nach einem bestimmten zeit abstand schauen dann wie die tierhaltung ist es sei denn also viele pflegestellen haben noch lange engen kontakt zu den vermittelten tieren also ich bin mit einigen menschen denen ich hunde vermittelt habe eng befreundet und dann sage ich natürlich also hier brauchen wir keine nachkontrolle zu machen das viele schicken bilder viele schicken immer wieder schöne geschichten ihr habt jetzt vor kurzem noch ein video bekommen von einem pferd was wir vermittelt haben was ganz 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 schlecht dran war und ja das macht die arbeit halt das macht unsere arbeit aus das ist der lohn dafür und deshalb machen wir da auch alle weiter kommen denn viele tiere zurück die sie vermitteln also bei den hunden kann ich sagen also dass es eher selten ist also manchmal ist es so wenn man ältere hunde vermittelt an ältere leute also wir gucken ja auch immer von 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 den alters dass das alter zusammenpasst von hund und mensch und das dann vielleicht der besitzer verstirbt dann nehmen wir unsere hunde auch in der regel zurück und das kann natürlich passieren krankheit todesfall manchmal auch scheidung das kann passieren aber so dass die sagen ich vermittele und dann kommen die zurückweise weil die leute ja einfach nicht darauf geachtet haben was für einen hund vielleicht nehmen das ist doch vielleicht zu ja das ist mir zehn jahren genau zweimal passiert also es kommt eigentlich selten vor weil man wirklich gut auch guckt es ist ja so ein stück was man von sich selber abgibt wenn man so viel zeit da rein gesteckt hat dann ist das wirklich ein bisschen so wie als ob man einen eigenen hund abgibt und dann guckt man wirklich ganz genau und ja dann ist das eher ja auch weil die tiere ja auch ganz viel elend teilweise mitgemacht haben und man sagt sollen das jetzt nicht noch mal leben wollen wollen jetzt wirklich eine endstation auf jeden fall wo sie wirklich ein tolles leben und da guckt man dann lieber genauer hin wenn man jetzt sagt auch so viele tolle hunde so viele tolle tiere die auch zu vermitteln sind wie kann man sie finden wir haben eine internetseite das ist www.tierschutzsiebengebirge.de wir sind auch bei facebook und wir haben eine hotline die ist immer besetzt das ist 07000 123 08 45 und bei facebook auch unter tierschutzsiebengebirge okay also da kann man sie finden da kann man sie auch anwählen dann kann man auch noch mal genau stellen welche tiere in die vermittlung sind auf jeden fall da stehen auf unseren seiten die ansprechpartner für die hunde für die katzen für die kaninchenpflegestellen für die pferde und jederzeit kann man sich informieren also alle also so sie ist mit foto und intensiver beschreibung eingestellt ist schon mit unserem kameramann anflirfen ich finde das ganz aufregend innerhalb von vier tagen so viel zu erleben weil du sie jetzt bist auch schon im fernseh so schnell geht das hier ich sag vielen vielen dank fürs kommen war sehr interessant heute hier und liebe zuschauer wenn sie mehr über den tierschutz siebengebirge wissen wollen dann gehen sie einfach auf den homepage vom tierschutz siebengebirge ich sag danke für diese stunde wir sehen uns wieder nächste woche donnerstag zur gleichen zeit am gleichen ort